was geht ab hier willkommen in meinen weiteren und bis zu dieser folge und wir sind hier auf dem weiteren weg zum boss oder fight wo waren die auch scheiße ist ein paar tage vorbei ich hab's wieder vergessen ich hab's einfach wieder vergessen hauptsache wir sind nicht gestorben okay es geht hier direkt weiter hauptsache wir haben nicht gestorben wie letztes mal ach stimmt der drehung der drehung jajaja sanduhr drehung wir sind jetzt starten mit der sand drehung wieder zurück oder ich glaube haben wir schon letzt mal gedreht ich glaube schon ich glaube jetzt mal schon gedreht so okay mal gerade habe ich gesehen gerade habe ich gesehen okay wir laufen um treppe hoch dort runter mal sehen was da diese reine für die etage die ebene und und zwar ja 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 doch jetzt ist richtig jetzt ist richtig haben wir noch rätsel ich hoffe nicht doch ach die leser rätselt ja 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 gut durch ne klatschen wir durch so schwer sind die nicht aber wir sehen gleich ob danach ein boss kommt oder was der gerät vom boden war jetzt oben war eine menge gerät die sind verborgen waren ja 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 stimmt die waren in der sand nein ach nicht raus was da los nicht wieder zurück da kommt es schnellere ladezeit jetzt sofort so sehr gut ist der gegner ja aha die sand der sand gary der sand gary ronami richten let's go gar nicht gut klettern die diebische katze gefühlt ich wünsche wir nur viel entdeckt wir brauchen wie immer moment ich habe einfach umgestellt meine tasten komplett durcheinander weil wir battlefield gezockt haben battlefield braucht andere einstellung für der für das ballern was denn jetzt hier richtig oder nicht okay geht es weiter was das okay dann muss safe der gelicht licht kugel licht strahl ringtechnik stand technik widerstand ach gegen oh ja 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 das gut das gut sagt sanji's vorfragment ja es ist mehr staub und ein geld kommt geht die kommt aber das gerät ist mich in ruhe das bereich einer ebene kopf gestellt staub und sand gary die sand die sand es ist die sand der sand die der die sand schnecke sand die die sand schnecke die die nix sagt so was hier ist nix hier nix kiste weiße gold und so nix für mich ok hier drin na ja ja da drin könnte ich da rein von da oben ja gut entweder müssen wir besiegen oder ausweichen gary sie wie sie an gary vorbei ja wir können den bekämpfen aber gar brauchen wir nicht machen wir schon den weg gespart sehr geil einfach einen meter gespart was dann jetzt hier nichts mit licht zu machen ist das noch eine kugel ja alles obwürfel was hier nami da drüben was denn sie sagt werde die verdächtigte tür verdächtigte verdächtige verdächtigte tür löse das rötsel der podeste gegrillte bobo vogel mit kräuter wie kann ich hier jetzt umschalten höre ich verpasst habe ich was verpasst einfach ja kann ich dann ja da ist google kann ich mit lissop jetzt schießen oder löse rätsel das potest ok ok wir müssen dahin da ist der rätsel aber wenn ich das wieder zurückdrehe ist der sand wieder an dem gleiche stelle oder wieder woanders interessant rätsel gary ok jetzt wegen dir musste ich husten was denn jetzt hier kann ich das irgendwie was das eigentlich musste alles oben ich muss einmal drehen einmal andersrum drehen so hier oben ist auch ein spiegel ja das problem ist wenn ich wieder drehe fällt der sand wieder so sowie wie ich muss oder sowie muss so die schnecke dass das ich drehe noch einmal wieder zurück dann sehen wir es ja ich hoffe moin faus was geht oder muss hier drin oder wenn das ist eine kiste und da ist das ok wir gehen noch mal raus und drehen noch mal der raum ob dann dann da ob dann 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 besser ist wir einfach alle alle zocken sie hockworts alle 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 aber nie wir sind und wie ist meine die lissop beraten gang okay gehen wir nach oben mal sehen worauf wir stoßen ich bin gespannt der rätsel immer noch kommt schon lösen rätsel lösen rätsel so wie sieht es aus jetzt der rätsel besser oder nicht oder ist wieder alles vergraben im sande oh nein doch nicht ah perfekt hey da oben leuchtet was warte noch mal wir waren doch schon da oben an die ok doch was ganz anderes alles klar die tausend emblem oder so diese form ist gleich wie abdruck denn es ist es ziemlich weit oben wie kommen wir da dran irgendein drück gehen richtig wenn wir ihn rafi du musst doch nur mit einem kräften da was drücken bestimmt was wir kann ich mir mitgenommen wie der joyce john cena habe ich hatte ich hatte ich einen john cena allerdings sound nina stimmt ich muss einfach daher nachgucken dass ich den john cena zaut in die play reinballer und die name ist john cena über diese enge wir müssen uns wohl kümmern wir müssen uns ganz kümmern oh oh hier machen wir aber platt oder nein ich muss jetzt platt machen aber wir kommen jetzt nicht rüber der weg also kommen wir nicht anderer seite manchmal strange hier ist eine ganze rafi crew alter weiß nicht wie viele milliarden berry und dann ein stück kennen und die kommen einfach nicht darüber manchmal und aber im endeffekt wäre das easy going oder wir hätten doch safe da irgendwie darüber kommen können so namibam swingarm morgana alle treffer war mir das immer richtig geiler treffer so was mit ihr schlecht pistole reicht das oder was für den es ist einfach der gehörste kandor oder ein bis auf wir müssen mit listop einfach auf oder der tempester ich hätte gar nichts machen sollen der hätte ihn zerstört einfach ok wir kriegen die erfahrung nicht sonst so warm shopper für fragment ja hey was was denn jetzt wir kommen nicht darüber so dass was offenbar ist da drüben etwas kommen wir jetzt nicht darüber auch runter springen nicht oder was denn ernst macht doch nicht so natürlich hey wir sind die stunden wir kommen doch darüber ein noch schneller rennen wäre geil weil ich euch mein bis jetzt sind wir so rennen gehen rennen ganz minimal rennen dieses rennen rennen wäre ich gut warte mal ich glaube ich bin einfach das ist das ist ein ganz anderer raum oder ist das der gleiche raum nicht gut oder bin ich auf die andere seite gegangen und das ist auch ein anderer raum gewesen ich glaube das ist einfach ein anderer raum ich glaube ich muss mal jetzt in den anderen raum gehen ja hier ist einfach noch ein raum und noch mal drehen oder was jetzt sind wir da ok suche nach objekten beöffenten passen ah ja 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 gut beide räume müssen wir klären erst mal ja ja ok das heißt jetzt gehe ich mal runter waren oben jetzt gehen wir runter und danach drehen wir die sanduhr und gehen noch mal beide räume jetzt jetzt ist es klar ist es klar und jetzt ist es hier jawohl warum nein passiert nichts geil warum passiert nix du nicht drehen oder was guck mal jetzt sind wir alle hier jetzt sind wir alle hier sag nicht sagt nicht ich muss immer drehen und nachgucken wie das richtig sein soll nee nee das kann nicht sein das kann der lösbar halbe meint lebenszeit wird vergehen wenn das so wäre wenn er das klar ich komme spiel oder war ich hier schon ich weiß nicht raffi geil fragmento fast verpasst und der kiste robben zwölfel robben zwölfel brauchen wir jawohl chopper chopper wechseln ja nach scheiße meine nase juckt wo war das letztens wo hat meine nase so gejuckt irgendwas habe ich ja da ja nio alter einfach dark souls gespielt end boss kurz vorm gewinnen kurz vorm tod kurz und dann bis nasen nasen ja schon alter nasen übelst nase bekommen leuchtete wohin geil richtig nicht richtig der hier nasen jucken ja nase bekommen einfach eine nase bekommen während der boss weit sagt habe ich ja ja der rät so sagt umgelöst sie die doris open war verdammt jetzt vor kurzem gespielt was da waren du kann gespielt kommt einfach ein englischer englischsprachiger kollege sagt you speak english ich so nur noch lost lost in english ende ist auch ist auch so ich frage mich wo das uns vor was vor uns liegt du weißt nichts was vor dir und hinter dir liegt das war's wir verlaufen uns komplett so ok to the door wir brauchen das kann ich nicht drehen warum kann ich das nicht drehen das geht gar nicht ich kann das nicht drehen warum falsche tor hier habe ich schon alles open was geht ab worte greifen rische nämlich john cena nein richtiger john cena so kam ja 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 ba mal tat zoro ist zoro mit sun sky und rufi mit seinem gum gum get link hey der storm nicht alle trifft verstehe ich gar nicht also storm storm der macht so einen riesen torpedos ja und trifft einfach lissopper ist feuer stern golden pound phoenix stern und phoenix stern ist auch gut oder dass man phoenix stern ja man schau bis auf muss der andere anzug wieder anziehen der ist so zu oldtimer war auch was passiert verteidigung gesenkt alles ob passiert allein alle anderen egal alle auf lissopper einfach dann dort tempo trifft alle brauche ich gar nicht mehr mehr kommen wir wie viel haben die special special hat sie nicht mehr lange ich muss ein bisschen aufleveln sonst ich hab den ich hab den ich hab den einen ajo ach ich habe seinen namen ari ajo ach sein haben einfach vergessen wie heißt er denn nach egal ist schon wenig meiner auf jeden fall habe ich den vergessen und er macht den ganzen job uns brennen der schwarze offen uhr gerd zwiebel 25.000 dollar ja das ist da oben kann was wieder hoch ja da guck mal ja ja was hier war nichts einfach drücken und was er nicht drücken passiert gar nix warte vielleicht muss ich drehen und dann aktiviert sich was woanders ja 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 oh nein gary angriff was warte ich bin mental noch nicht bereit adieu heißt er ja diese gegner sieht stark aus ob es nicht bereit ist absolut nicht bereit würde ich sagen sonst das kann kaum zu sagen durch wird das die schaden erleidet noch nicht tut besiege verstärkte wrestling wrestler ja ja die verstärkten wrestler so tanda tempo oh widerstand widerstand gar nicht gut gar nicht gut wir machen ja mit lissop ja alles ob feuerstern gegen die oh kein schaden steht in flammen oder verbrennen einfach kommt das drei ich glaube ich da nee die sind widerstand 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 der hier ne der ist es war mal der unami haupte schreien mit ihrem boomerang wrestling robbie besiegt lissop wird richtig gemobbt alle gegner auf lissop einfach alles egal gibt kein hauptsache alle gehen auf lissop ich glaube das haut rein sehr gut sehr gut sehr gut so gut aber jetzt kommt er wieder adieu und ist nicht tot was einer überlebt oh nein ich hätte nicht mit mir angreifen sollen jetzt kriegt hier wieder ja er mit einer standard angegriffen von raffi 1100 o level 30 raffi sehr geil so wenn wir das jetzt entern bam wohin jetzt nichts ne zack auch nichts zack auch nicht zack okay das ist schon richtig das ist schon richtig aber wir brauchen die verwirrung mit anderem wir brauchen die drehung das muss schon eine andere zirkulation sein danach geht dass du auf aber ich kann nicht dadurch geht kann ich dadurch geht ich verstehe ich noch nicht das rätsel noch nicht ganz verstanden denn hier von hier ist es nicht dass wir haben alles auf außer der eine tür außer der eine tür ich würde mal sagen noch mal den raum drehen und dann noch mal ab checken in anderer weise ja let's go dann gehe ich wieder nach oben und nach unten checken beide räume ab weil hier ist ja noch nicht hier und oben bestimmt auch das rätsel ist danach kommt selbst war ja ja klar dieser dieser golem dieser dieser dings andere golem der wirst du noch mal hier schon wind ich glaube wind 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 golem ind coole ja ok ok ziehe ich dass man noch um hier alt oder ich war ja auch heißer und danach näher die die handlett youore v bachelor let's go ok sodass jetzt wieder alles gedreht es hast du raum ist das der letzte tür nie ist nicht der zack zack raffi barm barm nach oben hat sich darum nicht gedreht hat sich darum jetzt gedreht oder nicht gedreht irgendwie der raum hat sich gar nicht gedreht oder ich glaube ich muss den unteren es mal drehen darum hat sich gar nicht gedreht hätte schlecht okay ich muss dann in der anderen raum vielleicht wenn ich den einraum abgecheckt habe dann dreht sich der andere ist oder hierfür hier ist eine andere sandtour verantwortlich ja gut dann gehen wir jetzt mal die andere ob die andere jetzt auf ist oder nicht mehr ich hoffe mal weil raffi renner schneller kommt schon bitte so das war die eine ja die andere wäre er wusste in der schwarze kiste ach da oben müsst ihr wissen untergegangen umgeführt naja einfach zoro ist verwirrt die wollen mich verarschen die wollen mich dichten die denken ich bin jetzt aber ich lauf überhaupt keine ahnung jetzt wäre voller sand ja der raum hat sich gedreht was zum teufel ist das gegner ja ok ja ja safe gegner wir sind wirklich wenn wir los sind müssen sofort in zoro wechseln und jetzt sind wir so ziemlich los ich habe keine ahnung man gedreht ist unten ich glaube doch aber mit raffi können wir hier wenigstens ein bisschen können wir überhaupt bis hin und sind und herr teleportieren der können wir gar nicht alles klar perfekt ich muss doch zu wechseln da ich los bin auch hier ja ok ja ok was ist der sinn hier gewesen einfach so sieht ganz so aus wie wie was was sieht ganz aus dass wir haben uns verlaufen was oder ist noch ein fragment auch diese schnecken gary's dass wir durch schnecken gary hier der dn gehen wir vorbei auf dieser ebene gibt es auch jede menge staub ja adio adios adios kann man auch nennen adios als tschüss namys werfe fragment ja kann ich den angreifen von hinten sagt ja es kreiber fäder grünen warum einfach alle wieder ja damit ist passiert und feuer stern gegen gegen alle ich kann nicht alle widerstand ich bin seit ist das widerstand wirklich und da ist nur gegen feuer ja ist ja schon effektiv wegen feuer widerstand ich verstehe ich verstehe ich so gettling war mal da gettlinge warm und weg sehr meist sein heißt dann ist noch zwei die was wir zur oder bis effektiv du bist gar nicht effektiv wir machen wir noch mal ja ja um 300 egal special aufladen ja die macht nicht so viel schaden aber der macht die jetzt dauernd trifft er wieder alle oder alleine adio war gut kann ruhig immer mit uns rumlaufen oder wenn ich für kacke haut einfach alle weg am ende so hier ist noch ist hier war auch noch ein so ein licht sensor oder gold gile gold gile was den gold gile gold gile gold gile da ist hier da ist der erste fragment okay dann los naja ja stimmt der der mit seinen händen seien sehando sehando dann bekam ziemlich nützlicher bio naja geht so für mich so was ein kinderspiel weit war erhalten west 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 westwand war ab muss ich nicht mehr darunter kann ich hier irgendwas aufnehmen ich muss zwischendurch gucken auch oben sonst sagt ich kann es ja auch von unten so aufnehmen aber das war es auch schon eigentlich können wir da rein und dann wieder den raum drehen den anderen abkürzung gary gary lässt mich hin lässt mich gehen hier ist ja sei es hier in durchgang ja hier ist nix schade schade ich dachte irgendwie irgendwas hier kann ich so ach deshalb ich kann sonst nicht hoch perfekt zack zack normalerweise ja okay g2 wer für dafür ein bisschen so zu 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 viel für 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 einfach nur eine treppe hochzugehen g2 aber wie cool löst es dass das um das best ja ja wir sind ja auf dem weg zu dem boss ist ja gut erwarte erst mal drehen ja dann ist das unten warm ja es dreht sich wir wissen wir wissen schon dass es sich dreht boom ja jetzt mal ein rein ja der nächste wird aber schwieriger nein nein müssen wir jetzt drehen wieder was ist jetzt hier ich muss jetzt gucken wie das sich gedreht hat oder ob es sich gedreht hat und ob es so sitzt wie es sitzt es ist normal wie vorher oder ja es ist normal wie vorher okay oder es ist normal wie vorher ich weiß nicht löse das rätseln ich würde sagen das ist normal wie vorher jetzt hoffe ich mal dass ich es drehen kann oder muss was anderes drehen dass ich das wieder drehen muss ja jetzt ich hoffe der dreht sich jetzt ist so doch Herr clc ho ho scheiße wegen das lied hier ist jetzt und und ich hatte scheiße ich muss ich muss das gleich googeln er cso robios Scheißstenal es war einfach schon für zwei stunden dings gehabt in 20 stunden ohrwurm yes 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 weißt du nein es war komplett anders hat er hier ist ja scheiße guck mal jetzt ist jetzt doch falsch vorher war besser so jetzt ist das tor auf aber ich check's nicht was ist denn jetzt hier ja wir sind hier der leser ist am start ich kann das leser ähnlich drehen ja die tür ist da was mach ich mit der tür alter ich gehe nicht auf oder hey hallo kann ich das baum ach ich kann von unten schießen johann ich kann das auch von unten drehen wieso sagt mir das denn keiner wir müssen mal da drüben jetzt ist das tor auf oder jetzt die tür auf und wir können die drehen ah ja wieder drehen okay ich wusste es von vornherein ich wollte einfach mal ausprobieren ob ihr alle mitkommt top top yes 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 verdammt wie heißt das über das man kann nicht fliegen oder hurang hu-tank ist hier hurang hu-tank ich bin nicht effektiv gegen hurang hu-tank ja zoro ist effektiv gegen hurang hu-tank da 3000 der one hit richtiger one punch man raffi was mit ihr überschlagen ja special auf special aufladen weil dann mit ihr tunter bolt wieder machen können kann ich den anderen angreifen ja 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 das ob kanal angreifen ist ob es gut jetzt ballert er wieder dürfte wieder alle ja mann beim tempester alle maschine nur noch oder danke der liste gut ist toller wieder auf liste in effektiv wie nice warum glaubst du nicht immer den anderen einfach greife immer wieder an junge ich hab die 114 nur der macht den glatt jawohl also der kann von mir aus immer mit mir sein warum können die nicht auswählen dass er auch schießt und so nicht ist ich meine überhaupt angreift oder das ist um unserem team macht auch hier wie final fantasy was da los aber nähe hier der macht ist selber was er will story mäßig schon so dass sie noch und gibt mir ein paar auch neue charaktere aus der strohhute ja ich weiß strohhute ist und die ist eigenen team aber egal lass rein einfach sei doch nicht so streng mit story und so warte wenn ich den raum drehe und hoch laufe gehe ich dann nicht wieder runter ist das ist der falsche raum ne das ist der richtige raum ach keine ahnung hat mich selber verwirrt ich bin aber richtig oder aber mein ich bin voll falsch das ist der lese und so oder bin ich richtig ich komme ja gar nicht hier rüber Das ist ja da, wo ich nicht rüberkam, ne? Das war so. Ich habe mich nicht selber verwirrt. Ich habe richtig Verwirrung gemacht. Weil ich abgedreht habe, muss ich jetzt runtergehen. Zorro hat recht gehabt, oder was? Hat Zorro recht gehabt? Nee, kann nicht sein. Kann nicht sein. Dass ich runterging. Yeah, Rob, Rob, Rob. Yes, yes, yes. Okay. Und dann ist der nächste John Cena. Da, 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 da. Bei dem Pass wirklich Rob, Rob. Yes, yes. Verdammt, das war ja wirklich. Wenn man gedreht hat, geht man ja immer wieder runter und nicht hoch. Das heißt, ich muss ja jetzt die andere Tür. Oh, wow, wow, wow. Die ist jetzt aufbestimmt, ne? Yes, yes. So, und die muss jetzt auf sein. Ich hoffe. Halbestunde dreht es mich schon. Oh, warte, ich habe mich verwirrt. Einfach vorbeigelaufen. Ja, ja, ja. Sehr gut. Okay, da ist das Tür. Da ist das Tür. Ah, ja. Verdammt. Meine Nase juckt. Extrem. Ja, jetzt sind wir hier. Und jetzt ist das Tor auf, oder? Ja, ja. Da, letzte links. Der letzte links ist die Tür. Jawohl. Hier, der hier. Ja, ja. Ich weiß das jetzt. Bam. Wir sind durch. Wir nehmen mit. Zack. Zorro hat es gefunden. Fail in der Matrix. Mitnehmen. Ja. Rausgezogen. Mitgenommen. Wir haben ein Emblem. Alisabeth hinten. Ja. Jawohl. Oh, was geht ab? In der Tür ist jemand. Oh. Okay. Kommen Sie. Machen Sie einen auf... Vorsicht. Leute. Leute. Vorsicht. Vorsicht. So, was machen wir hier? Hm. Geil wäre ihn zu stunnen. Ah. Zorro, Seiken, Sensei, Sakai. Ich kann ihn angreifen. Oh. Lissop. Leben am Limit. Ja, ja. Taktik. Taktik-Tausch mit... mit Robin. Und Lissop. Warum tauschen? Weil Robin kann stunnen, oder? Schock. Treffler, Flip. Flo, Flip. Und ist das dann? Oh, nein. Dann klappt nicht. Arme Robin. Arme Robin. Oh, nein. So, Tanda Tempo. Tanda Mirage. Punch. 1600 Tonnen Punch. Kraft alle. Ah, alle dann falsch. Okay, aber gegen den. Thunderbolt. Trifft auch alle? Hä? Okay. Alles trifft immer alle, ne? So ziemlich. Mirage Tempo. Zack. Ja, komm, mach mir das alles. Ah, das war die erste Taktik. Oh, wie schlecht. Okay. Oh, paralysiert. Ah, nicht schlecht. Nami, gut. Oh. Oh. Ah, Zoro kann du nur den ergreifen. Na, egal. Oh, nein. Löwenlied. Warte. Löwenlied. Nein. Rush. Rush Rommon. Ich kann einfach... Ah, doch. Da kann ich umschalten. Nami, ich helfe dir. Nein, der lebt noch. Oh, der wird noch voll, voll viel Leben. Der wird noch voll viel Leben. Ah. Shit. Nami muss raus. Nami muss Gettling. Nami muss raus. Und dann muss Chopper. Bam. Oh, wie viel Leben haben die? Oh, ja, ja. Adio. Heraus. Bam. Oh, alle Treffer war schlecht. Schlecht, 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 leider. Leider schlecht. Fenix. Was hatten wir? Ja, Fenix. Bam, bam, bam. Okay. Ist der da oder der andere? Ah, die greifen nichts darunter beide an, ne? Shit. Ich hätte doch den einen erst ausschalten sollen, ne? Schläft er noch? Ja. Komm, komm, Gettling. Komm schon. Bam. Ja, beide raus. Okay, ist sehr gut. Wenigstens das. Sollen wir dann tauschen? Ich glaube schon Nami mit Chopper. Chopper soll heilen, oder? Oder ist er? Ah, der ist nicht effektiv. Ja, geil. Ich glaube, Chopper mit Dings ist wäre besser, ne? Wer ist effektiv? Ah, nee, nee. Ich habe beide. Robin und Zorro sind effektiv. Haben wir drin. Äh, Bereich, Pointer. Wir greifen normal, um Special aufzuladen. Oh, ganz wenig. Ganz wenig. Warte, doch nicht. Gegentechnik. Oh, das heißt. Ruffy ist effektiv, ne? Und er auch. Hö. Okay. Robin doch nicht effektiv. Egal drauf. Oh, adio. Bam, 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 bam. Bam, voll drauf. 1000 Damage. Sehr geil. So, das heißt, ja. Oh, Special aufladen einfach. Ja, komm. Oh, 200 da. Schlechter Damage. Aufgewacht. Oh, nein. Ey, wir sind nicht effektiv. Warte mal. Das heißt, ja, Namen über effektiv. Ja, 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 ja. Shit. Ah, nee. Ruffy lassen wir drin, ne? Ruffy haut schon rein. Auch mit Pistole, alter. Oder so Bullet. Ja, ja. Der meiste Damage. Ich glaube, wir tauschen, äh, gegen... Wollen wir das tauschen? Nee. Tauschen, nicht tauschen? Oh, das wird gefährlich. Eigentlich brauche ich den Army mit der Robin. Aber jetzt mit Chopper heilen wir, oder? Heilungbereich, äh, Monster Point. Oh, verwandelt sich Rumble Ball für 500 riesige Monster? Oha. Seit wann? Kannte das? Ja. Ja, seit, äh, seit, äh, seit, äh, seit am letzten Kampf. Rambara. So, Zückel. Tempo Swing Arm. Swing Arm ist gut, ne? Swing Arm, ja. Swing Arm und hau rein. Uh, 500, naja, angriffiert wie, wie, wie Ruffy. Bam, 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 bam. Bam, uh, tauschen da, der ist, der haut rein, ne? Der haut schon rein, ja. Swing Arm, Happiness Punch. Hm, joa, Deep Cyclone. Joa, Swing Arm. Swing Arm ist okay. Swing Arm ist okay. Bam, 500, ja. Oh, okay, das geht, das geht voll. Ähm, p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-nera 4. Soro kommt gleich raus. 600 war es mit normaler Angriffe, er wies mich verarschen. Mit normalem Angriff einfach. Zack, tauschen. Ja, hier in Technik. Ich meine, wir gehen wieder zu Chopper und heilen erstmal. Nein. Heilung. Alles up. Uh, danke. Jetzt wird's ernst. Ja, alles up, komm. Fenix Stern. Oh, Widerstand. Ah, gegen Feuer nur, ne? Aber Damage geht durch. Oder? Golden Pounder? Ja, Mann. Komm. Fenix Stern. Bam. Uh, ganz wenig Damage. Nein, schlecht. Schlecht, schlecht. Nein, nein, nein. Arbeiter. Wow, hat die Faske killt? Nein, Raffi Kildin. Ja. Die Echse. Fast wie ein Boss gewesen, Alter. Was ist denn hier los? Das sind ja keine Ahnung. Wir haben sie wollten Podesta mit. Ja, ja. Was wird besiegt? Ja, kommt hier jemand? Zorro? Hä? Ja, wow. Einfach nur der Raum für den komischen Dude. So, Zorro. Kennst du den Weg nach Auswendig? Ja, sicher. Einfach der gelben Tür folgen. Er hat immer gesagt, ja, ich weiß ja, wo. Ich brauche mir nur einen Punkt zu merken und dann komme ich immer wieder zurück. Das Problem bei Zorro ist nur, dass er immer den falschen Punkt gemerkt hat, bis zu dem er zurückkommen muss. Will. Oder sollte. Der Red Cell wird eingesetzt, jawohl. Ich sollte einmal speichern, ne? Muss ich nochmal einmal drehen, oder nicht? Diese beiden passen schon mal zusammen. Warm, jawohl. Na, mir einfach über 18, ne? Aber sowas von. Ja, da ist der Eingang zu Water 7. Ich dachte, deine Treppe. Okay, dann mal ab mit uns. Nicht ab mit uns hier. Ich würde sagen, erstmal hier. Das speichern, jo. Oder? Kann ich nicht. Ich muss einmal drehen, um zu speichern, ne? Soll ich einmal drehen, um zu speichern? Oder Risiko? Boah, Risiko, Alter. Boah, dann geht es um Leben und Tod, wenn ich verliere, ne? Neustart. Einfach dir alle Rezepte neu machen. Wir sind schon ziemlich schweizvoll gedrungen. Das Klos könnte jeden Moment auftauchen. Oha. Der Klos. Ich würde mal den Gegner... Gefängnis mit uns. Das war wohl mal... Ja, hier. Komm, wir nehmen den mit. Oh nein! John Cena hat sich umgebrillt, kurz vor dem. Oh nein! Keiner ist effektiv! Keiner ist effektiv! Oh, so. Lissab wird gegen Zoro gekauft. Zack. Ja. Jetzt ist es effektiv, oder? Sankasakai. Ja, bam, Alter. Bam! Oh, der ist so nice. Zoro. Bombenreihen. Hauterisch-Bombenreihen. Ja, genau. Greif den an. Der ist euer Feind. Und nicht wir. Wir können gar nichts dafür, so. Aber der, ja, der kann was dafür, so. Lanz-Tempo. Okay. Swing-Arm. Cyclone-Tempo. Ja, komm, den kann ich so drauf. Zack. Boah, 800-Hit. Sehr gut. Ich sollte noch mal herrkuchen durchchecken, ne? Eigentlich. Oh, Mega-Punch. Seijin-Rook-Kick. Gatling? Ah, ja, komm, oder? Ah. Bam. Bam. Ja, alle. Einfach rough, ihr ist. Ah, Technik. So, wir heilen. Einzelheilung. Äh, für Nami. Nami-Line. Arigato. Danke. Oh, der ist es. Komm, hau, hinweg einfach. Bam. Ja. Easy going. Sehr gut. Dafür bist du da. Dafür bist du da. So, was mit dir? Ja, egal. Die brauchen wir nicht. Zack. Boah. So einfach abgesiebelt, die Kiste. Hopp, hopp, hopp. Ich will nicht. Ich will nicht gegen dich kämpfen. Reicht. Oh, the Boss. The Boss. Oh, soll ich einmal Vitalapfel? Ja, 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 komm, wir heilen uns schnell drauf. Wir sind doch hier, äh, Rollenspiel. Muss, hier, vom Kampf muss man sich vorbereiten. Oh, hey, was ist für ein Gorilla? Vorsicht, er sieht stärker aus als die anderen. Das ist der Banana, Banana Joe. Oh, mehrere Banana Joes. Wieso auf einmal starke Banana Joes? Bazooka, Wipe. Wipe. Oh, keiner. Keiner ist effektiv. Zoro ist, ne? Zoro einfach effektiv gegen alle. Sansa Sakai. Bam, Alter, ja. Soll ich Robin holen? Oh, ja. Oh, der Damage. Oh nein, es verwirrt. Das ist gar nicht gut. So, Robin mit Nami tauschen. Und wir haben hier der Fleur Grape. Schock. Oh, hier. Trifft auch alle, oder was? Nee, einen. Der Fleur Grape? Was war das denn? Schwach. Ach, der, oh. Auch der Banana Joe Clown? Jo, wow. Oh, paralysiert einfach. Nice. Ist er paralysiert? Oder nicht? Nein, wir greifen den Chop an. Ich bin bereit. Ja, du. Was machst du denn überhaupt? Arm, Pointe? Was ist das? Heilungbereich. Bereich. Coco Meteor. Ja, aber gar nichts. Komm, normaler Angriff einfach. Schlag ihn. Aua. Und? Nein, Ruffy? Ja, sehr gut. Stimmt, er kann mich auch angreifen, ne? Weil er verwirrt ist. Boah. Ja, du. Adio. Mach deinen Aui-Angriff. Tempester. Aber jeden 500er geht voll. Okay, gegen Robin. Und so, ich denke mal, dass Sanke Sakai dazu mitgereicht auch, ne? Bam, dazu mich, ja, 1000er war. Hä, war der jetzt stärker als Sky? Nee, sonst Sky war 1000 irgendwas. Äh, so, da kann ich den, den auch, den auch. Ja, gut, gehen wir den vor uns. Ocienta Flur. Oh. Bam. Giganto Schock. Oh, wie es dann einfach alle, ne? Nein, der wacht wieder auf. Wieso? Oder, oder ist das ein anderer? Ich weiß ja nicht. Ich hab doch Freundschaftsangriffe, ich Idiot. Freundschaftsangriffe, let's go, Chopper. Bam. Ganz vergessen. Bam, bam, aufladen. Ah, 1500er, nicht so geil, wie gedacht. Oh, Ruffy hat nix gemacht. 500er, okay. Ey, die sind ja wirklich stark. Die Gorilla. Richtig wie Bananas-Jaws. Oh, Verblutung. Ah, zack. So, wir kennen Rush-Hormon. Boah, Rush-Hormon können wir mal reinballern, oder? Wer greift als nächster an? Ja. Ich glaub, der greift so oder so an. Das heißt, den kennen wir ja schon schwächen hier. Robin Rush-Hormon. Z.B. das Ziel. Rush-Hormon. Was mit dem jetzt? Oh. Und läuft der Frau Ruffy. Ruffy, ich glaub, Ruffy muss mal rein, oder? Langsam heilen, oder? Nicht, dass der uns noch wegstirbt. Bam. Ja, Mitglied halt. Oh, nein. Oh, ich muss mich selber heilen, oder? Bin ich gleich dead? Was mit dir? Oh, ich muss Special aufleveln von Robin. Aufleveln, ich mein, aufladen. Zoro ist verwirrt. Nein, das ist gar nicht gut. Oh, weh, die greifen jetzt meine eigenen Leute an. Nein, sehr gut. Ruffy ist verwirrt. Zoro ist verwirrt. Einfach, mehr Verwirrung geht gar nicht. Oh, nein. Es lebt noch. Oh, Zoro hat noch voll viel Leben. Ah, einfach, einfach von Dings gestorben. Von sich selber. So, ja, kommen alle drauf, einfach. Oh, nein, ich will doch Joppa heilen. Ganz vergessen. Nicht, dass er mir wegstirbt. Nein, nein. Nein, nicht Storben. Ich wusste es. Zoro, du kannst nicht. Ah, weil, ah, weil die in dem gleichen Feld stehen. Ich verstehe. Ich verstehe. Ey, das geht, der trifft einfach. Ach, kommt, Pistole reicht jetzt. Jetzt kann man langsam eine Pistole. Wir sehen nicht. Ah, wir sind ja nicht gestunt. Bam. Ja. Oh, 1400 einfach. What? Okay, nur weil ich nicht gestunt bin, ne? Ja, okay. Hätte ich Freundschaftsangriff machen können. Oh, ich... Joppa, ich wollte dich heilen. Einfach. Egal, brauchen wir nicht. Kriegt gleich einen Apfel. Ja, perfekt. Haben wir es? Wir haben es. Uh, da ist... Da ist noch so ein Würfel. Den Nevean. Zack. Sanjis Würfel. Ja. Oh, nein. Rätselzeit nochmal, oder was? Warte. Konnte ich hier speichern? Nee. Oben. Okay. Dann weiter Rätsel. Rätsel. Ja, ein bisschen. Noch ein bisschen, ein bisschen Rätsel hier. Ja, da hinten ist ja nichts. Okay, 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 okay. Aber die sieht jetzt einfach aus. Zack. Oh. Ne, oh. 10.000. Bering. Hey, das ist wieder so ein Springen. Bla, bla, ja. Warte, dann jetzt hier. Bam. Oh, easy going. Ja, ja. Zwei Klicks und wir haben schon alles, was wir brauchen. So. Oh, oh. Oh, ruhig strahlen die alle hier. Zack. Zack. Öh, richtig? Ja. Äh, zack. Noch einmal, oder? Zack. Nee. Noch einmal. Zack. Ja. Können wir mal speichern, ne? Ne, so richtig alles. Sonst glaubt das viel zu schnell. Öh. Oh. Ah, okay, war richtig. Verklickt einfach. Oh, es ist offen. Wir haben so gefühlt, dass es ein Mod Spaß haben werde. Ah ja, Zorro, Zorro, Zorro. Zorro geht es um den Spaß hier. Oh, wir speichern. So, let's go. So, wir speichern, aber ich denke mal, das ist gut. Wieviel haben wir schon? Oh, 50 Minuten. Okay. Das war's für diese Folge. Oh, da ist der Boss. Da ist der Boss. Geht's ab in die nächste Folge. Gut, dass ihr dabei wart. Das ist kein Abo, Follower oder ein Like da. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Ciao, ciao. Ciao, ciao.